Was sind das eigentlich für bunte Bänder, die insbesondere Sportler auf ihrem Körper so platziert haben und gerade in der Nähe von großen Gelenken? Manchmal ganz wirre Formen und Farben, alles was durcheinander, manchmal sehr lang sogar am Körper entlang. Sieht schick aus. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Sportler das zu ihrem Trikot passend auch farblich noch gestalten. Doch was bringen diese Dinger wirklich? Diese Physiotapes, Kinesiotapes, medizinische Tapes, das wollen wir uns anschauen. Diese Bänder gibt es in verschiedenen Stärken und Farben. Es gibt sehr wenig flexible. Ich habe hier ein sehr dehnbares und das ist das Band, was wir auch häufiger heutzutage im Sport finden. Das ist sehr elastisch und wird auch elastisch quasi auf die Haut geklebt, indem es in gedehnten Zustand dort angebracht wird. Und das sieht man dann an der Haut im Ruhezustand, in dem sich so ganz kleine Wellen bilden. Und das soll insbesondere dazu dienen, so die Theorie, dass bestimmte Schmerzreaktionen minimiert werden und die Durchblutung unterhalb der Haut deutlich optimiert wird. Ist noch nicht ausreichend wissenschaftlich bewiesen, aber viele Physiotherapeuten insbesondere berichten von guten Erfolgen bei ihren Sportlern. Die Farbe soll auch so einer der Hersteller auch einen besonderen Effekt auslösen. Je nach Farbe soll, und wir wissen ja, Farbenlehren in ihrer Wirkung auf den Körper gibt es theoretisch schon, aber auch das ist in Studien noch nicht bewiesen. Es ist eher ein ästhetisches Gimmick, als wirklich vom Effekt her wissenschaftlich nachzuweisen, dass hier etwas hinter steckt. Die Frage ist, welcher Effekt ergibt sich daraus? Der erste Effekt ist natürlich erst einmal die Stabilisierung. Klebt man es zum Beispiel genau in Funktionsrichtung eines Bandes, kann man sich vorstellen, da könnt ihr euch vorstellen, dass dabei dann die Funktionstüchtigkeit des Bandes unterstützt wird. Es wird gesichert, weil von außen eben ein zusätzlicher stabilisierender Reiz wirkt. Auch kann man Muskeln möglicherweise in ihrer Funktion unterstützen. Auch das ist theoretisch bereits ziemlich gut fundiert beschrieben, indem dort die Leistungsfähigkeit der Muskulatur über propriozeptive Reize quasi aktivierend stimuliert wird. Bedeutet also, der Zug auf die Muskulatur über die Haut heißt, dass dort sensorische Informationen an die Muskulatur weitergegeben werden und sie zu einer besseren Kontraktionsfähigkeit anleitet. Heilungsprozesse sollen stimuliert werden, weil unter anderem durch Blutungsprozesse angeregt werden. Also es gibt eine ganze Reihe an Prozessen, die diesen Bändern zugesagt wird. Leider, wie gesagt, sind die ganzen wissenschaftlichen Beweise noch ausstehend. Dennoch wissen wir eben in Einzelgesprächen oder auch von Berichten von Therapeuten, dass die Wirkung auf jeden Fall vorhanden ist, wenn man die einzelnen Sportler fragt und auch beobachtet. Auch die Bewegungsqualität verbessert sich dadurch bei einigen, wie ich selber schon erfahren habe. Grundsätzlich gibt es diese Dinge ja zu kaufen überall. Nicht nur in Apotheken, auch in Supermärkten mittlerweile. Doch kann das eigentlich jeder jetzt anbringen und nutzen? Ich würde erst mal sagen, ja. Wenn man eine gewisse Grundkompetenz hat und vor allen Dingen die anatomischen Strukturen gut kennt, dann ist das möglich. Deswegen vielleicht am besten erst mal zum Physio gehen, sich anleiten, helfen lassen, zeigen lassen, wie geht das überhaupt? Was ist die Struktur oder was ist die Struktur, der ich helfen möchte, die ich unterstützen möchte? Dann geht es. Wir brauchen allerdings eine Einleitung, die man unter anderem natürlich auch auf YouTube und auf anderen Kanälen findet. Also Informationen braucht man, Wissen braucht man schon, um diese Bänder zu nutzen. Also glauben müssen wir, aber ich hoffe, dass es irgendwann mal Studien gibt, die auch wirklich den Glauben in echtes Wissen ummünzt. Untertitelung des ZDF, 2020